Was geht ab, meine Damen und Herren, mein Name ist Teddy und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Fresh Olesch-Ausgabe. Wir haben heute Dienstag, den 17. Juli und am 13. Juli, nicht nur 13. Juli, sondern es war sogar der Freitag der 13., kam ein neues Deutsch-Rap-Release heraus, über das wir heute mal reden werden. Es ist vom Hotel und trägt den Titel Arrivé. Ich habe mir das Album mehrmals bis heute paar Mal reingezogen und denke, ich bin gewappnet dafür, euch meinen Ersteindruck zu diesem Album zu vermitteln. Und ich muss auch gleich vorweg sagen, dass dieses Album überwiegend erfolgreich ist, aber es natürlich auch, wie bei vielen Alben, auch Punkte gibt, die ich zu kritisieren habe. Aber gleich vorweg kann man sagen, dass dieses Album vorrangig, wie auch schon sein Vorgänger Rakai, war ja kein Album, sondern ein Mixtape, vorrangig ein dunkles Trap-Album ist, mit sehr vielen bösen, ballernden Nummern, die ganz klar auch im Fokus bei diesem Album stehen. Es gibt natürlich auch soundmäßig ein paar Ausfälle, die das Album dahingehend ein bisschen abrunden und so auch dafür sorgen, dass das Ganze nicht zu einseitig und monoton gestaltet wird. Motel verschwendet nicht viel Zeit, wir haben eine Dreiviertelstunde Laufzeit und 14 Titel und kein Titel wird irgendwie genutzt dafür, um nur ein Intro oder Outro zu machen oder sonst was, sondern wir starten direkt mit einer knallenden Trap-Nummer namens Limit und genau dieses Energielevel wird hier weitergeführt und es gibt ein paar Anspielstationen, die die Energie aus diesem Album ein bisschen runterstufen, um den Zuhörer auch mal ein bisschen atmen zu lassen, um dann im nächsten Titel dann gleich mit der Energie weiterzumachen. So folgen nach Limit beispielsweise gleich zwei weitere harte Trap-Banger und darauf folgend gibt es die erste Nummer, die so ein bisschen das hohe Energielevel so ein bisschen herunterschrauben auf dem Hit, wie ich finde, der hier auf dieser Platte vertreten ist, Pablo. Wurde im Vorfeld schon ausgekoppelt und ist irgendwie klicktechnisch weit unter meinen Erwartungen geblieben. Ich dachte, diese Nummer wird durch die Decke gehen, weil die ziemlich catchy ist und nicht nur catchy, sondern auch musikalisch sehr überzeugend ist. Original Featuring Huffet wurde ja auch im Vorfeld ausgekoppelt und ist ein Titel, der meiner Meinung nach einer der stärksten Strophen vom Motel auf diesem Album hat, aber auch einer der am schwächsten performenden Features, wie ich finde. Ich bin da ziemlich enttäuscht von dem Haftbefehl-Feature. Es ist ja viel Zeit vergangen seit dem letzten wirklich großen Feature von Haftbefehl. Man hat irgendwie das Gefühl, dass er nach dem Q-Album so ein bisschen untergetaucht ist und sich Zeit für seine eigenen Projekte wahrscheinlich genommen hat. Aber hier gibt es erstmals wieder ein Feature, was groß ins Auge sticht, dann wiederum aber nicht ganz überzeugen kann, weil ihr Haftbefehl einen wirklich sehr, sehr konfusen Flow gewählt hat und stellenweise sogar Offbeat wirkt. Zum Beispiel die Passage, wo er davon redet, schneid dir mal lieber die Harnsätze und so. Es ist ja sowieso eine sehr triste und ernstzunehmende Nummer, aber durch die Delivery-Art von Haftbefehl musste ich halt stellenweise lachen. Das Gesamtbild des Albums wirkt überraschenderweise sehr homogen, obwohl Motel selber auf musikalischer Seite ein paar Sachen ausprobiert und auch melodiös in ein paar Nummern durch die Beats grindet. Das größte Beispiel ist natürlich Pablo mit der Hook, aber ich finde eine Nummer noch interessanter in der Hinsicht, nämlich den Titel vor dem letzten Song mit dem Titel Pariser. Da sind sowohl Strophen als auch Hook melodiös sing-sang-mäßig eingearbeitet und ich finde, dass er das ganz gut hinkriegt und er solche Nummern auch gerne in Zukunft öfter machen könnte. Und auch der Titel zusammen mit Hayes und Amar bricht zwar soundmäßig etwas raus, da wir halt einen traditionellen 90-BPM-Beat haben, der auch sehr oldschool-lastig produziert ist, also eine gewohnte Kopfnick-Drumline und so weiter. Er als Track an sich trotzdem nicht wie so ein negativ auffallender Exot auf diesem Album hier wirkt, sondern sich wirklich sehr gut auf diesem Album eingliedert, da die Atmosphäre und der Soundcharakter des Albums trotzdem mit eingearbeitet ist bei dieser Nummer. So kann ich auch gleich sagen, dass das Album eigentlich durchweg sehr solide produziert ist. Die Beats knallen und erledigen genau das, was sie halt machen sollen. In den energetischen Nummern geht es stark nach vorne und in den ruhigen Nummern geht es ganz smooth runter, sodass man sagen kann, dass die Produktion auf jeden Fall sehr treffend ausfällt. So bleibt mir am Ende also zu sagen, dass wir mit Mortels Arrivé ein sehr solides Album haben. Ich muss aber auch kritisieren, dass dieses Album als Album vermarktet wird, aber der Vorgänger Rakai ganz stark als Mixtape. Also da wurde noch ganz laut gesagt, dass dies kein Album ist. Erst das nächste Projekt wird ein Album. Ich finde den Wechsel oder den Unterschied zwischen Mixtape und Album hat man hier nicht so klar gemacht, da von der Art, wie die beiden Projekte aufgebaut sind, ist es eigentlich sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch. Thematisch geht es ungefähr genau dort weiter, wo er bei Rakai aufgehört hat und auch soundmäßig gibt es zwar einzelne Songs, die sehr auffällig wie Singles wirken, aber trotzdem könnte man jetzt auch sagen, dass Arrivé ein weiteres Mixtape ist oder Rakai bereits schon sein Debütalbum war. Allem in allem kann ich aber sagen, dass Arrivé vom Mortel ein freshes Album ist. Freshe Bewertungen gibt es von mir, aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Deshalb möchte ich euch nochmal dazu aufrufen, in meine Instagram-Story reinzugehen und dort einmal zu voten. Dann findet ihr Arrivé vom Mortel Fresh oder Lech. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, in meiner Instagram-Story abstimmen, sodass wir am Ende, wie ihr hier sehen könnt, eine sehr schöne Bilanz haben, an der man sehen kann, wie das Ganze bei euch angekommen ist. Abonniert den Fresh oder Lech-Channel. Unter diesem Link findet ihr das Ganze. Dort gibt es auch bereits schon das erste Video, in dem das ganze Format erklärt wird und morgen gibt es dort die erste richtige Review. Hier gibt es aber auch noch eine Review. Nicht nur eine Review, sondern eine Analyse, die ich euch versprochen habe. Wenn der Andrang hoch ist, haue ich die Ballaballa Review raus oder Analyse raus und die wird morgen herauskommen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat. Hast du eine andere Meinung? Dann schreibt sie mir doch bitte unten in die Kommentare. Und schreibt mir außerdem in die Kommentare, welchen Song findest du hier auf diesem Album, Arrivé, am besten und welchen am schwächsten. Wenn ich mir die Tracklist hier gerade mal so anschaue, würde ich doch sagen, dass mir, muss ich ehrlich sein, fällt mir das Ganze schon ziemlich schwer, weil es sehr viele Anwärter gibt. Aber ich entscheide mich für Pablo. Wie gesagt, ein Song, der meiner Meinung nach klicktechnisch unter den Erwartungen geblieben ist, weil ich dachte, der geht durch die Decke. Also der Song ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und ist catchy as fuck. Und die Hook ballert. Produktion, alles. Schwächster Song. Ich glaube, Attitüde mit Luciano fand ich jetzt nicht so stark und ist auch, obwohl das Feature relativ groß ist, nicht sonderlich aufgefallen auf diesem Album. Ansonsten, wie gesagt, nicht vergessen in meiner Instagram-Story für dieses Album zu voten. Folgt mir auf Facebook, Twitter und Instagram. Unten findet ihr die Links. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!